Sie haben es vielleicht noch gar nicht bemerkt, aber jeden Tag macht eine Handvoll Händler am Börsenmarkt richtig Kasse. Und das sogar in Zeiten, die allen anderen als ökonomische Krise verkauft werden. Lassen Sie uns einmal genau anschauen, wie die das machen. Zunächst einmal müssen Sie verstehen, dass es beim Handeln mit Finanzwerten genauso funktioniert wie beim Handeln mit Immobilien. Geht der Preis runter, dann kaufen Sie. Und geht er hoch, dann verkaufen Sie. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Wege, wie Sie am Finanzmarkt mitmischen können. Sie können Finanzwerte an der Börse kaufen und später zu einem höheren Wert verkaufen. Doch da alles von Angebot und Nachfrage abhängt, könnte es passieren, dass der Wert fällt und nie wieder auch nur in die Region von dem Preis gelangt, für den Sie ihn zuvor erstanden haben. Eine zweite Möglichkeit wäre es, dem Trend zu folgen. Sie kaufen, wenn der Preis gerade steigt und verkaufen, wenn er wieder abwärts geht. Und genau das tun auch die wenigen Trader, von denen ich sprach. Sie verdienen täglich und in jeder Marktsituation mit einem einfachen Klick riesige Geldsummen. Um möglichst weit zu kommen, spielen Sie gegen das System. Ihre Strategie ist dabei extrem einfach, aber auch sehr smart. Sie wissen einfach, dass ein fallender Preis immer auch bedeutet, dass die meisten Leute diese Papiere gerade loswerden wollen. Dadurch wird auf der Verkaufsseite ein Druck aufgebaut und es ergibt sich für eine kurze Zeit die Chance, einen schnellen Profit einzufahren, indem man darauf setzt, dass der Preis des Wertes weiter fallen wird. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Steigt ein Wert, dann wissen diese Trader, dass viele Leute gerade versuchen, diesen Wert zu kaufen. Dadurch wird der Druck auf der Kaufen-Seite erzeugt. Auch hier kann wieder für kurze Zeit Profit gemacht werden, indem man dieses Mal jedoch auf den Anstieg des Wertes setzt. Auf ein paar wenigen Seiten platzieren solche Trader ihre Wetten mit nur einem Klick, von zu Hause aus. Also, jetzt, wo Sie die theoretischen Hintergründe kennen, wird es Zeit, sich dieses System mal in der Realität anzuschauen. Um mit dieser Methode online Geld zu verdienen, nutze ich hauptsächlich AnyOption. Normalerweise müssen Sie sich erst über ein Formular registrieren, damit Sie ein kostenloses Demokonto nutzen können. Das Formular können Sie hier nun aber nicht sehen, da ich bereits angemeldet bin. Sie werden sicherlich schnell bemerken, dass ich etwas mehr als 7700 Euro in meinem Account habe. Vor ungefähr zwei Monaten habe ich mit einer Einzahlung von 500 Euro begonnen. Ich habe es jetzt also mehr als 7000 Euro Profit gemacht. Dann lassen Sie uns mal anfangen. Zuerst müssen Sie im Menü auf Optionshandel klicken. Dadurch gelangen Sie auf die Hauptseite für den Handel von AnyOption. Hier müssen Sie dann auf Option Plus klicken, um die Plattform zu erhalten, bei der wir unsere Trades setzen wollen. Mit diesem Interface werden wir nun arbeiten. Okay, wie Sie sehen können, ist es gerade 4.07 Uhr. Hier unten sehen wir eine Auflistung von allen Werten, mit denen wir in der nächsten Trading Session arbeiten können. Die nächste Session läuft um 4.15 Uhr aus. Würden wir uns jetzt dazu entschließen, auf einen Wert zu setzen, dann liefe die Wette in weniger als 8 Minuten aus. Ich klicke auf den ersten Wert der Liste. Australischer Dollar gegen US-Dollar. Und dann mache ich folgendes. Zuerst überprüfe ich, dass es bis zum Auslaufen weniger als 10 Minuten sind. Wenn nicht, sollten Sie noch etwas warten. Dann schaue ich mir den Trend des Charts an, um zu entscheiden, worauf ich eine Wette abschließe. In diesem Fall sehe ich, dass der Preis steigt. Der aktuelle Preis liegt über dem Einstiegspreis. Alles, was ich jetzt tun muss, ist auf Call zu klicken und meine Wette zu platzieren. Ich nehme mal 100 Euro. Und das war's jetzt auch schon. Wir gehen gleich weiter zum zweiten Wert, dem DAX Future. Ich bemerke gerade, dass es bei dem keinen wirklichen Trend gibt. Der aktuelle Preis entspricht in etwa dem Einstiegspreis. In einem solchen Fall platzieren Sie keine Wette und gehen lieber weiter zum nächsten Wert in der Liste. Der nächste ist der Euro gegen den US-Dollar. Wie Sie sehen können, gibt es hier einen deutlichen Aufwärtstrend. Der Preis steigt also. Ich mache das gleiche wie beim ersten Wert. Ich klicke auf Call und setze 100 Euro. Der nächste Wert ist Facebook. Ich bemerke im Chart einen klaren Abwärtstrend. Der Preis fällt, denn der aktuelle Preis liegt unter dem Einstiegspreis. Dieses Mal klicke ich also auf Put und setze wie immer 100 Euro. Der nächste Wert ist der FTSE. Der aktuelle Wert liegt über dem Einstiegspreis. Der Trend liegt also auf der aufsteigenden Seite. Also klicke ich wieder auf Call und setze auch hier 100 Euro. Der letzte Wert ist der britische Pfund gegen den US-Dollar. Hier haben wir auch wieder dasselbe. Der aktuelle Preis ist höher als der Einstiegspreis. Es ist nicht wirklich wichtig, wenn der Trend nicht sehr eindeutig ist. Wir müssen uns nur auf den Vergleich zwischen den aktuellen und dem Einstiegspreis konzentrieren. In diesem Fall setzen wir also auf Call und setzen 100 Euro. Das war's auch schon. Wir sind fertig. Wie Sie sehen können, haben wir nun 5 offene Wetten. Wie Sie ganz oben auf meinem Bildschirm erkennen können, habe ich nach dem Setzen der Wetten noch ganze 7.208 Euro in meinem Konto. Wir müssen jetzt nur abwarten, bis die Wetten abgelaufen sind. Dann wissen wir, ob wir gewonnen oder verloren haben. Es ist jetzt 4.09 Uhr. Bis 4.15 Uhr sind es noch ganze 6 Minuten. Ich halte hier mal die Aufzeichnung an und setze diese in ein paar Minuten fort. Wir sind wieder auf der Plattform und in wenigen Sekunden laufen die Wetten aus. 4, 3, 2, 1, ausgelaufen. Das war's. Diese Session ist beendet. Okay, werfen wir mal einen Blick auf meinen Kontostand. Es sind noch immer 7.208 Euro. Um die Seite zu aktualisieren, muss ich nur auf die Option Plus-Taste klicken. Wie Sie nun sehen können, habe ich jetzt 8.008 Euro auf der Haben-Seite. Nur zur Erinnerung. Das Video hat mit etwas über 7.700 Euro begonnen. Das bedeutet, dass ich allein in dieser einen Session um die 300 Euro verdient habe. Nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? Um die Einzelheiten zu meinen Wetten zu überprüfen, muss ich nur auf mein Konto klicken. Hier sehen Sie alle 5 Wetten, die ich heute schon platziert habe. Alle Wetteinsätze betrugen 100 Euro. Die Gewinnrate beträgt 100 Prozent. Und jede Wette brachte mir 160 Euro. Lassen Sie uns auch mal schauen, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was möglich ist. Nehmen wir mal vom 20. bis zum 23. Sie werden alle Wetten sehen, die ich in den letzten Tagen platziert habe. Das sind nun zwei Seiten voller Wetten. Und achten Sie bitte darauf, dass ich die allermeisten davon gewonnen habe. Selbstverständlich kann man nicht alle Wetten gewinnen. Das ist absolut unmöglich. Wichtig ist nur, dass Sie öfter gewinnen, als dass Sie verlieren. So können Sie mit dieser Strategie über einen längeren Zeitraum sehr viel Geld verdienen. Sie wollen es noch einmal versuchen? Nichts leichter als das. Klicken Sie wieder auf Optionshandel und dann auf Option Plus. Und schon sind Sie wieder auf der Plattform, wo wir unsere Einsätze gemacht haben. Wie Sie sehen können, läuft diese Session um 4.45 Uhr aus. Und hier ist auch wieder die Liste mit all den Werten, auf die Sie setzen können. Jetzt ist es gerade 4.19 Uhr. Wenn wir da jetzt handeln wollen, dann müssen wir also erst mal bis 4.35 Uhr warten. Anschließend nutzen wir wieder die gleiche Strategie und setzen unsere Wetten in Abhängigkeit von den Live-Charts. Wenn Sie wollen, können Sie das alle 30 Minuten machen. Den ganzen Tag lang. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefallen hat. Diese Strategie ist mächtig. Sie wird erfolgreich von vielen Trädern auf der ganzen Welt eingesetzt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss.